Hallo, mein Name ist Johanna Jennewein und ihr seid heute bei mir bei Essenz der Alpen in der Pfannensaline in Hall und ich möchte euch heute einen kurzen Einblick geben, wie wir da unsere Alpensalze herstellen. Ich wollte schon sehr lange ein eigenes Produkt machen und das Salz ist mir eigentlich mehr oder weniger passiert. Dann haben wir so ein bisschen philosophiert über den Souvenirmarkt oder über den Tourismusmarkt in Tirol und haben gesagt, eigentlich könnte bei uns da einfach eine größere Vielfalt da sein. Jeder kennt den Speckreder, nimmt einen Schnaps mit, aber da gibt es doch sicher auch noch mehr, wo für Tirol steht und sind dann irgendwie auf das Salz gekommen, weil das ja über viele Jahrhunderte eigentlich ganz ein prägendes Lebensmittel für die Region war. Es gibt ja jetzt kaum Kleinbetriebe, die selber Salz produzieren. Es gibt zwar die Großen, die auch selbst bergmännisch aktiv sind oder das Salz abbauen im Berg, aber kaum Betriebe, wo man sagen kann, die schauen wir mal an, wie die das machen und haben dann in Wahrheit in der eigenen Küche angefangen zu experimentieren. Schön war zu sehen, dass da aus einem klaren Wasser auf einmal halt der Salz wird. Das ist so ein bisschen, wie wenn es das erste Mal schneit. Da denkst du auch, wie kann aus dem Regen auf einmal eine weiße Flocke werden und so ähnlich ist das beim Salz. Wir haben uns natürlich auch bemüht, das Ganze wieder mehr in den Lebensbereich zu bringen, also verpacken deswegen in so Tontöpfchen, damit das Salz auf den Tisch kommt, damit jeder wieder sagt, es hat ja jeder ein eigenes Gespür, wie viel er davon möchte und wenn man sich das Salz am Tisch hinstellt, kann jeder die Menge so wählen, wie es ihm persönlich schmeckt und das ist ja eigentlich genau das, wie es sein soll. Vielleicht ist das auch so ein Unterschied von unseren Produkten zu jetzt vielleicht großindustriell hergestellten. Wir sind halt doch eine Manufaktur und es leben halt diese Spezialitäten einfach auch davon, dass jedes Mal das Produkt ein bisschen anders ist. Also es sind wirklich Delikatessenhändler, Geschenkrehändler, auch viele Onlineshops jetzt in den letzten zwei Jahren, die eben Tiroler Produkte vertreiben. Souvenirläden kommen immer mehr und das ist auch wirklich ein Fokus von uns, dass wir in dem Bereich intensiver präsent sind, weil es einfach das perfekte Mitbringsel ist. Ich bin jeden Tag froh, dass ich es gemacht habe und ich glaube, es ist auch, wenn man das Unternehmerische einmal geschnuppert hat, ich glaube, du hast keinen Weg zurück mehr. Ich glaube, das geht nicht mehr.